alle willkommen bei getwitter shopper heute an einem schönen freitag ich habe jetzt gestern ein video gemacht das kann ich aber erst auch heute online setzen auf der weg zur arbeit und heute mit ein bisschen sonne auf dem weg zur arbeit ist auch mal schön mal gespannt was für idioten wir haben woche ende finden ich entschuldige mich übrigens für den bisschen dumpfen ton ich habe noch im motorrad shop so ein hals wärmer mit mundschutz gekauft das habe ich an deswegen ist es ein bisschen ein bisschen dumpf Ciao Da-da-da! Hehehehe Chevy van Wink 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 Hast du noch alle oder wat? Aber nichtsdestotrotz Ich wünsche euch einen schönen Abend Ich bin jetzt angekommen Und tschüss! Ich wünsche euch einen schönen Abend Ich wünsche euch einen schönen Abend